Den Mond oder benachbarte Planeten besuchen? Dies war vor 100 Jahren undenkbar. Heutzutage könnte dieser Traum dank Wissenschaftlern, Visionären und Investoren bald für viele Wirklichkeit werden. AAA Intergalactic Investments Group ist die erste unabhängige Finanzgruppe, die sich der interplanetaren und intergalaktischen Infrastruktur widmet. Die AAA Intergalactic Investments Group selektiert die besten futuristischen Geschäfte und bietet die erste unabhängige Mainstream-Plattform, die den Zugang zu diversifizierten futuristischen Infrastrukturportfolios wie die intergalaktischen und interplanetaren Lösungen ermöglicht. Dazu gehören unter anderem die grünen Satelliten für die Klimaforschung und Telekommunikation, die künstliche Intelligenz, die intelligenten Städte, die erneuerbaren Energien, die Logistik und die Landwirtschaft. Die AAA Intergalactic Investments Group kümmert sich um menschliche Herausforderungen wie Klimakatastrophen und fördert die Beseitigung der Armut auf dem Planeten Erde. Unter den aktuellen Herausforderungen in Afrika funkeln nachhaltige Machbarkeiten. Afrika ist sehr reich an menschlichen und natürlichen Ressourcen, aber sein wahres Potenzial wurde viel zu lange und zu oft falsch dargestellt und unterschätzt. 420 Millionen junge Afrikaner sind im Alter zwischen 15 und 35 Jahren. 100 Millionen von ihnen werden in den nächsten 10 Jahren den Arbeitsmarkt betreten und damit eine höhere Personalkapazität als der Rest der Welt schaffen. Wenn wir jetzt Jobs nicht kreieren, was wird mit der Vielzahl junger Menschen passieren? Es ist Zeit, der AAA Intergalactic Investments Group den afrikanischen Geist neu zu definieren und die wesentlichen Geschäfte in die richtige Richtung mitzulenken. Wir sind verpflichtet zu dienen und glauben fest daran, dass die Förderung der Industrialisierung unter Beachtung kulturell-ökologischer Aspekte mit hohen ethischen Standards und angemessener Führung der richtige Weg zu wirtschaftlichem Wohlstand für alle in Afrika und den Rest der Welt ist. Wir sind der führende, unabhängige Finanzdienstleister in unseren Gemeinden. Die AAA Intergalactic Investments Group ist hundertprozentig unabhängig mit einem Team und Co-Investoren aus 60 Nationalitäten, die lokal verwurzelt und global über mehrere Länder hinweg verbunden sind und die mehr als 76 lokale Sprachen sprechen. Um die ökonomischen Entwicklungen zu beschleunigen, ist die AAA Intergalactic Investments Group unerbittlich in ihren Verpflichtungen. In den nächsten sieben Jahren für mehr als 40 Millionen Haushalte eine futuristische Infrastruktur, einschließlich intelligenten Immobilien, den Zugang zu nachhaltiger Energie zu ermöglichen und tausende von Arbeitsplätzen zu schaffen, weil wir den Menschen, denen wir dienen, lieben. Die AAA Intergalactic Investments Group ist die Brücke zwischen den diversen aufregenden futuristischen Geschäften, den Kapitallösungen und den verschiedenen Kulturen. Die AAA Intergalactic Investments Group ist nicht nur ein Unternehmen, sie ist eine Bewegung für ein faires Finanzierungssystem, das die Industrialisierung und eine bessere sozioökonomische Zukunft für die Jugend in Afrika und auf der ganzen Welt ermöglicht. Unsere Marke steht für eine bessere Zukunft für alle Menschen unter der Sonne. Schließen Sie sich uns jetzt an!